Hallo zusammen, hier ist die Anja von Die Frau am Grill mit einem Rezept für die nächste Party. Zusammen mit dem Kameran bereiten wir Pizzabagels zu. Zuerst schmeißen wir den Grill an und regeln ihn auf 200 Grad ein. Gelingt natürlich auch im Backofen. Die durchgeschnittenen Bagels bestreichen wir auf den Innenseiten mit Olivenöl. Es folgt eine Tomatensauce, die mit Salz, Pfeffer und Oregano gewürzt ist. Nun kommt Mozzarella auf die Bagelhälften. Und zum Abschluss belegt ihr die Bagelpizza mit Zutaten eurer Wahl. Bei uns sind dies heute halbe schwarze Oliven, Peperoni, Paprika, Champignons, Zwiebeln und Mini-Salami. Die Pizzabagels wandern nun in die indirekte Hitze auf den Grillrost. Nach 15 Minuten sind die Pizzabagels fertig. Lasst sie noch kurz abkühlen und wenn ihr noch weitere Pizzarezepte benötigt, dann werft einen Blick in die Videobeschreibung. Noch ein bisschen frischen Basilikum darüber streuen. Guten Appetit!